Doch, Kirschholz, da hatte ich doch... Warum hab ich da nicht aufgepasst? Ach ja. So, Stromi-Momi. Dann kannst du doch hier das machen und hier... Geh nicht in die Luft. Er läuft. Und das ist die Hauptsache, dass es läuft. So, können wir jetzt mal sehen, wenn er hier... Na? Dann kommt irgendwie mal Scrap. Da ist es, Scrap. Geht das jetzt durch? Da ist es. Willen wir jetzt hoffen, auch in die richtige Richtung. Ah, da kommt das nächste auch. So, jetzt schießt das Item gleich da durch. Und dann müssen wir uns eigentlich mal beeilen, dass wir mal gucken, ob das da hinten wirklich ankommt. Schnell! Eben Moment warten. Ja, Scrap kommt an. Geil. Scrap ist sozusagen abgehakt. Können wir uns um die nächste Sache kümmern? Schafe. Die Schafe ist das nächste Opfer, was wir noch zu haben. Die Schafe sind das nächste Opfer. Und das sind wirklich die nächsten Opfer. Ähm. Ja, was nehmen wir denn da für ein Holz? Ich glaube, da nehmen wir einfach nur einfaches Holz und machen ein paar Zäune dazwischen, wie da drüben. Soll ein bisschen besser aussehen. Eichenholz? So wenig? Ich... What? Mach mal. 5200. Brauchen wir eh. Jetzt macht er erstmal. Das geht jetzt erstmal richtig ab. Dann brauche ich das nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Der Alarm müsste gleich wieder angehen. Ähm. Genau, hier. Machen wir erstmal... Kann man so Zäune machen? Anni, so gegen Trapdoors. Dazu brauche ich ja Holz. Beziehungsweise Sticks. Mach mal von den Sticks... 2500 Stück. Ich sage ja, ich brauche das Material. Das wird... So viel nachher sein. Das ist unglaublich. Ah. Ich sehe schon ein Problem. Jetzt hat er zu wenig davon. Ziegel. Habe ich denn jetzt hier noch ein paar... Da habe ich auch noch welche. 6 Tore. Nehmen wir mit. Kann man brauchen. Äh... 6 Tore. Ja. Welche Sticks hast du denn noch? Beziehungsweise auf was wartet der vor? Ach so, es hat er gleich schon fertig. 60 macht er immer boah. Und jetzt hau die ganzen Sticks durch. Das heißt, wir können auch ein paar machen hier. Zwei. Dann sollte das vorerst erstmal reichen. Wie viel Holz hast du? Jetzt hast du an die 6000. Jetzt kommen noch die Sticks dazu. Ja. Passt vollkommen okay. Nächste... Uah. Uah. Das war die Tischkante. Turtle. Turtleine. Turtleine. Turtle. Ein Advanced PC mit Steinen. Wir haben noch Steinen hier. Nein. Da haben wir noch Steinen. Bevor ich das hier nochmal irgendwo hier drin lasse. Ist ja dann ein bisschen bescheiden. Das. Ach nee. Wir müssen erstmal hier einen Computer erstellen. Eine Glasscheibe. Haben wir. Let's Dome haben wir definitiv auch. Ich würde sagen, machen wir mal... Zehn Stück. Nur zehn PCs. Nur aus reinem Grund, weil ich die vielleicht benotigen könnte. Nun. Eisen und eine Kiste. Eisen, Eisen, Eisen. Macht mich auch ein bisschen schwach. Eisen. Jetzt habe ich bestimmt zu wenige Kisten. Oder ich habe überhaupt gar keine Kisten. Doch. Och. Ja. Machen wir mal drei hier. Die PCs nehme ich raus. Und tue sie mir mal hier reinsetzen. Ah ja. Da habe ich ja noch die Tunnelbohrer. Wo ist denn Tunnelbohrer 1? Irgendwo unten in der Wallachai, glaube ich. Den brauche ich. Nun noch zwei Scheren. Eins, zwei. Einmal ein Sharing Turtle. Noch eine Sharing Turtle. Boah, wie heißen die noch? Was? Was? Label Set. Schaf. Heinz. Er ist bestimmt da auch drin, ja. Ich weiß nicht. Achso, warum nimmt er denn die Zeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Label Set. Schaf. Zwei. Haben wir nämlich die auch schon mal kodiert. Dazu brauche ich hier den Share-Code. Kopieren. Also jetzt wird es dunkel. Aber Erde brauche ich sowieso auch noch. Das heißt, wir müssen sowieso in Richtung Bett jetzt langsam gehen. Alarm hat natürlich einen kleinen Vorteil dadurch. Ich höre, wann ich schlafen gehen muss. Und ich bin, wenn ich da unten irgendwo bin, irgendwo in der Höhle, habe, wenn ich dann nicht genug Energie habe, oder halt nur nicht so den Energieschwung, den ich da halt benötige, habe ich natürlich dafür den Vorteil dadurch. Kabel können rein, die können rein. Wir können ein bisschen das mitnehmen und ein paar davon mitnehmen und dann ist es gut. Ach nee, ist noch gar nicht gut. Ich brauche noch ein bisschen Pflasterstein. Pflastersteine. Pflastersteine. Zwei Truhen. Zwei Tüchen. Zwei pulsierende Gatter. Was nehmen wir denn mit hier? Oh nee, die nicht. Wir nehmen mal zwei Sechs mit. Und... Eins, zwei. Paar goldene. Paar steinerne. Und paar eiserne Pipes. Dann können wir eigentlich gleich alles dahinten fertig machen und die Schafe sind sozusagen dann wieder zufrieden. Und ich habe auch meinen Frieden dann gefunden. Dass die Schafe ihren Frieden auch gefunden haben. Weil dann trenne ich die beiden auf etwas. Und kann dann sagen, hier weiß, da paar Farben. Und dann ist gut. Ach, hier habe ich schon aufgeschüttet. Ich Idiot. Stopp. Ich wollte es etwas ändern. Jetpack, komm mal wieder her. Das ist besser so, wenn du bei mir bist. Die Sharing Turtle müssen in eine andere Richtung zeigen. Das ist jetzt Schaf 1. Dann kommt Schaf 1 hier rum. Und Schaf 2. So rum. Die beiden. Die beiden kleinen Verbrecher, die sitzen auch wieder falsch. Wir müssen nämlich einen nach vorne noch. Da hätten wir fleißig. Die Schafe werden geschoren. Wir machen hier hinterher nämlich das. Wir ändern das jetzt etwas ab. Gegenüber von dem hier. Und machen damit, die sich hier nicht irgendwo immer hinschlagen. Die Tiere. Hier alles so hin. Das können wir jetzt noch hier lang ziehen. Machen dann so. Jetzt brauche ich dennoch die Erde. Damit wir hier noch ein bisschen erhöhen können. Hier können wir nochmal zwei Lagen drauf machen. Weil ich habe mich nämlich voll erschrocken. Oh. Da hinten ist das ja mit den Bienen. Ich dachte, ich hätte nicht den Platz dafür. Aber. Passte ja. Na komm schon. Hupp. Und tak tak. So. Jetzt kann das hier wachsen. Wobei wir dann das hier umkreisen werden. Hinter kommt jetzt auch die Truhe. Die wird dann so angeschlossen. Das gleiche gilt hier. Die Fackel muss natürlich weg. Damit halt die Schafe sich in diesem Moment hier nicht alle rüber drücken. Weil dann so kann ich das nämlich alles mit ausgleichen. Kann ich hier noch die Truhe öffnen? Ja. Hier kommen Doppeltrühen rein. Hier muss ich ja irgendwo Platz lassen. Das machen wir mal neben dem Share-Automat. Dass hier irgendwo immer wieder Grasblöcke rein können. Oder wir machen einen Platz dazwischen. Ist besser. Das müssen wir endlich mal zum ganzen Moment.